Willkommen, Freunde, zurück in Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier immer noch bei Argus. Ich krieg ihn einfach nicht platt. Ich krieg ihn einfach nicht tot. Aber, ich mach mal kurz. Da müssen wir das Mikro ein bisschen zurechtrücken. So. Aber wir gehen nicht auf. Irgendwann werden wir den Typen schon... Oh, ja, 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 ja. Okay, so bringt das nicht. Zui! Na, da, jetzt gewirbt er wieder. Hoppala! Okay. Ah. 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 Da liegt kein Arm. Ah. 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 Oh, so nicht. Ach, wieso brennen wir denn? Oh, so nicht. Okay. Uiuiuiuiui. Nein, der hat's nicht. Och, wieso? Ey, da war doch nichts, was mit dem Feuer? Okay, das. Ah! 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 Wir haben es irgendwie geschafft, ihm auszuweichen. Der hat getroffen. Oh, shit. So, so weit haben wir ihn schon wieder. Ach komm, auf mit dem Quatsch. Okay, das war auch zu mir selten dämlich. Der hat nebengehauen. Da macht XSG wieder orange. Oh, er ist umgefallen. Jetzt habe ich das überhaupt nicht berechnet. Oh, ich darf wieder rein. Ah. Oh, um Himmels Willen. Oh. Oh. Oh, ich habe ihn weg. Oh, ich habe ihn weg. Oh, ich habe ihn weg. Und Uli, bevor er uns greift. Ach. So. Mal gucken, ob das jetzt wieder die Phase ist, wo er dieses... Sein Schutzschild nicht mehr verliert. Achso. Füsser. Nee, ich darf ... Ach, shit. Shit! Er verliert seinen Schutz nicht. Uuh! 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 hatten wir schon einmal er nimmt schaden ist das ist er nimmt schaden es dauert das ist gut zu wissen das heißt sobald das war Pass auf, jetzt machen wir es so. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Speichern. Ich glaube es nicht, wir haben es tatsächlich geschafft. Cool. So, was haben wir denn hier? Wow. Schwere Keule, aber die sind ja so langsam. Die sind so langsam, die Dinger. Egal, wir nehmen die einfach mal mit. Ja, ja, ja. Jetzt schauen wir uns mal seine Höhle an. Äh. Ja doch, boah. Boah, das sieht ja geil aus. Cool. Jetzt ist hier nichts drin. Jetzt gibt es hier nichts, oder was? Er hat dann irgendwie in der Höhle platt gemacht, okay. Das war das von... was haben wir hier? Uh, das ist der Typ. Ach ja, mehr scheint es hier ja gar nicht zu geben, ne? Gut, dann können wir aber wieder rausklettern. Der Typ liebt hier. Ah, hier gehen wir noch eben rein. Mal gucken, was wir hier noch haben. Ach, gar nicht. Das wäre der normale Eingang gewesen, den wir halt mal wieder nicht benutzt haben. Da kann ich eine Schnellreise machen. Dass man hier... Kann man doch... Kann man es auch so machen? Jo, haha. Ah, das sah auch heftig aus. Egal. Ein Foto hier reicht. Ach, schaut mal, was wir da noch gefunden haben. Gut. Dann gehen wir da noch mal einen da hoch. Wo waren das hier? Irgendwo hier, da drüben, glaube ich. Jawohl. Oh, heftig. Ja, aber eigentlich wollte ich mal gucken, da ist unser Schiff. Ne, sonst ist hier nichts mehr. Okay. Ja, dann auch zum Schiff, fühl ich meine. Dann haben wir diese Insel hier auch abgeschlossen. Wie viel Parts habe ich das gebraucht? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin und hinterher mal zählen. Aber, irgendwie... ...hat sich gerade mal wieder... ...was vor allem besteht. Die neue Aufnahme-Session, seit wir das letzte Mal ja gegen den immer verloren haben. Und direkt beim ersten Versuch wieder geklappt. Also, wenn irgendwas nicht funktioniert, einfach mal eine Pause machen. Und dann nachklappt's. Okay. Sehr schön. So, wir legen ab. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich glaube, wir fahren jetzt einfach einmal hier rum. Wir fahren hier hoch und gucken mal, ob wir da irgendwo anlegen können. Bereit, Segel zu setzen! Ich muss... Ich muss jetzt mal gucken, wie rum gucken wir. Falsch, was heißt, wir müssen einfach komplett drehen. Drehen. Danke. So, aber ich will da um die Insel rum. Woher kommen die alle rausgeklettert. Wof! Ruderbereit! Siebel runter! Ruder rein! Schrei doch noch ein bisschen lauter. Vielleicht hört dich keiner. Wuhu! das war ein Ding was für ein hechtliches Biest jetzt ist er Geschichte hier war die von der anderen Seite wir haben uns auch was nicht zu weit rumfahre ich bin schon zu weit rumgefahren ich wollte auch hier hoch das müsste auch das sein immer kurze wo auch wenn wir anlegen können das hat mich ein bisschen durcheinander weil wir hatten den ja auch schon einmal vorher so weit das denn immer hatte oder habe ich ihn ja nicht mehr angegriffen weil ich gedacht hab das klingt eh nichts gibt es hier keinen Hafen Hafenmeister Hallo scheinen wir nicht wir fahren jetzt einfach mal hier rein hier ist doch ein Hafen siehst du wusste ich doch bremst das Schiff also drauf sie ist bereit machen zum anlegen ach da wollt ihr anlegen ok oh ah ok hier waren wir noch gar nie nicht da gibt bestimmt hier einiges zu tun für uns so was machen wir als erstes wenn wir auf eine neue insel kommen wir gehen zum aussichtspunkt neue region südliche sporade aha die schule der medizin ach ja achtung darf ich mal ja danke ja 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 Hier gibt es jetzt einiges zu tun. Hier haben wir... Achso, das ist die Schule? Wir kommen hier mal direkt zu dem ersten Fragezeichen. Warum nicht? Schauen wir uns das doch mal an. Ein Haus des Anführers. Natürlich. Ich gehe 67er, wir sind level 70. Okay. 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 Nee. Der Hammer ist mir nichts. Okay. Okay. Ja. Hüppf! Einfach rein, sonst werden wir schon. Oh! Wir sind in der Überzahl. Irgendwann wirst du müde. Was? 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 Oh, no. Wieso sollte ich jetzt nicht brauchen? Wieso sollte ich jetzt nicht brauchen? Oder? Das ist alles. Jetzt gehen wir wieder, du wirst. Ja, guck mal. Alles klar! Meine Hüte. Meine Hüte. Wenn ich so weitermache, ändert sich das Machtgefälle. Oh ja ja ja. So, ein Schatz ist hier. Icarus? Ah, da oben. Dankeschön. Meine Hüte. Okay. Was haben wir denn? Neues im Inventar. Ja. Uh. Niemand darf mich entdecken. Besser, wir können ja mehr da. Gut. Stufe 71. Herzlichen Glückwunsch. Ich, gehen wir nochmal da schnell gucken. Da ist er. Das ist der 71er. Ja, was hat denn der da so? Ja, auf jeden Fall macht er sich grad aus dem Staub, dann lassen wir ihn in Ruhe. Hier ist ein Schmied, nicht schlecht, können wir unsere Waffen nochmal verbessern. Äh, ja und das schaffen wir jetzt nicht mehr. Na, gehen wir nochmal eben zu dem Schmied, der ist hier. Hallöchen. Kann ich helfen? Ich glaube, wir lassen mal wieder gravieren und zwar den Bogen. Den hier. Äh. Oh, das kommt drauf. Besten Dank. Verbessern geht gar nicht. Ach ne, wir sind ja grad bei Gravieren. Verbessern. Das Schwert könnten wir verbessern? Lohnt sich aber ja fast nicht. Ne, dann nicht. So. Jo. Ja, wir werden mal gucken, vielleicht ist das was Kleineres, das wir jetzt noch in die Zeit reinkriegen. Schauen wir mal. Ach ja, Silos zerstören und einen Schatz brindern. Warum wir das mal eben noch? Wo ist der Schatz? Natürlich ist der Schatz hier oben. Wie sieht es eigentlich mit unseren Pfeilen so aus? Pfeile. Ein Feuerpfeil, dann kommst du dann mal wieder her. Auf. So. Das war einmal. Zwei. Oh, ein Kopfgeldjäger sucht uns. Toll. Ja, wo ist das dritte Silo? Da hinten. Da soll der Kopfgeldjäger kommen. Da kommt. Da kommt der Kopf hin. Da kommt der Kopf. So, okay, Freunde, bevor der uns jetzt kriegt, würde ich sagen, das war's für heute. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Bis dahin und tschau.